So, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme Session von MyTimeAtSendRug. Ähm, ein bisschen von spät, die Aufnahme, die läuft heute, also ich nehme jetzt gerade um 0 Uhr quasi auf. Am gleichen Tag, wo die Folge auch noch rauskommt, ich werde wahrscheinlich noch ein paar Folgen mehr machen, auch für den Samstag nochmal und für den Montag das auszugleichen, weil ich habe tatsächlich, also ich war jetzt am Wochenende nicht da gewesen, weshalb auch die Folgen so ein bisschen überspätet kommen, wahrscheinlich Star Wars kommt diese Woche nicht, da Niki ähm, gerade weil ich, also nicht da Niki, gerade weil ich am Wochenende nicht da war, kommt Stadio, äh, Star Wars wahrscheinlich nicht, ich weiß nicht, ob Niki unter der Woche kommt und ob er dann noch Bock hat, Star Wars währenddessen aufzunehmen, das muss ich mit ihm abklären. Ähm, aber an sich, ähm, ich gebe jetzt mal weiter, heute auch bei dem, glaube ich, offiziellen Release von dem Multiplayer von MyTimeAtSendRug, sprich man kann die Multiplayer-Stories replayen, wenn man Bock hat. Ich weiß aber nicht, ob jemand Bock darauf hätte, also ich hätte schon Bock darauf, das mit jemandem zu zocken, also die replayen die Stories. Und, mal schauen, vielleicht finden Sie schon einen Freiwilliger. Eine Freiwillige, mal gucken. Aber erstmal machen wir erstmal weiter. Ähm, wir waren dabei ja, aufgeregt aus Sandrug zu machen, und zwar immer den großen Veredler und einmal den, äh, die Hartholz-Dielen. Mhm. Jetzt für uns noch die Marmorplatten dafür. Das passt also schon. Okay, und ich habe jetzt auch die Hartholz-Dielen, ich gucke mal kurz, ob ich sie noch abgeben kann. Dann haben wir schon mal die Quest fertig. Ja, ich gucke mal kurz, ob ich sie noch abgeben kann, ich gucke mal kurz, ob ich sie noch abgeben kann. Ich gucke mal kurz. Hey! Ich gucke mal kurz. Ich gucke mal kurz. Du willst mehr über meine Schöne hören? Hm. Ich bin Angst, dass ich nicht abgeben kann. Geht nicht das falsch. Sie ist eine sehr private Person, Sie sehen. Und sogar ich weiß nicht halbe aller ihrer Zeichnen. Ich sehe Sie. Ich gucke mal kurz. Ich gucke mal kurz. Ich gucke mal kurz. Schwesterfragen. Ich gucke mal kurz. Eine Quest weniger. Mal gucken. Ich würde auf jeden Fall vorschlagen, wir gucken mal mehr auf die Hauptquests jetzt so nach und nach. Und bringen die mal so langsam ins Rollen. Vorher beenden wir mal den Tag. So, nice, nice. Ich muss vor ein bisschen nachhelfen jetzt nochmal an manchen Stellen. Hier fehlt ein bisschen Dünger. Aber so langsam werden noch die Pflanzen hier was. Das wird immer wieder in die Stadt gehen, ein bisschen Wasser holen. Versteht eine Quote, habe ich in den Algen gemein gerade? 6000, das passt. Das ist völlig. Ich finde es sogar 135 Weizen, wo ich keine Ahnung habe, was ich damit anstellen kann. So, und ich habe einen Brief für eine Nebenpflege. Und noch zwei weitere Nebenpflege. Okay. Max, Alarm, Notfall, Mayday. Ich rufe Verstärkung, es geht um Leben und Tod. Leben und Tod. Für etwas, ohne dass ich nicht leben kann. Leiden. Mein Sattel ist kaputt. Und ohne meine einzige Therapiequelle in dieser Provinz ist es nur eine Frage der Zeit, bis ich mich verkümmere. Mach mir einen neuen. Ich bezahle dich. Deine definitiv sterbende LC. Okay, 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 I think I'm gonna save the egg girl, I guess. That's weird, but okay. Okay, where's you? Oh. Ja. Ow, my back. My waist. My tibia. My whole body aches. Might be time to cut back on the late night commissions. Yeah. I passed out on the side of the road last night and now... Oh, no. I bet everyone saw me sleeping on the job. This is so embarrassing. Thanks for catching me. If not for you, I might have broken a bone or something. Maybe I should go to the doctor Don't worry, this lake still works Kinda I can make it Wait, no, no time for health concerns I've got this commission here from Haiti That needs to be done ASAP Well, off I go then See you Really? You'd do that for me? Wow Well, okay, it's just a normal bookcase When you're finished, just take it over to Haiti for me No, I have no excuse not to go see Dr. Faye Ow I bit my tongue Okay, see ya Oh my god Okay, das war einfach nur zu cute Okay, are you? What do you think of the Desert Flower make you weak at the knees? Don't worry, take home a photograph Show your friends and relatives the wonders that is the Desert Rose Yeah, uh, let me get a, uh, yeah One of those Desert Rose ones Certainly, sir And while you're at it, why not take one of these as well? No, uh, j-just that one will do In fact, let me get five of them Me too, me too I saw them first They're mine, I tell ya There's no need to rush, everyone So, what do you think, our beautiful Desert Rose? It deserves its reputation, no? She most certainly does Huh? She? I don't think a photograph has a chin there, sir Cut the malarkey shopkeep A dozen Desert Roses, chop chop Uh, right away, sir The strangest thing is happening Everyone is just obsessed with this photo in particular What could it be? I don't get it I just wish I knew more about photography Well, in any case, had to buy a photo? Hey, sis, wanna buy a photo? Avio! What are you doing? What is the meaning of this? You're selling pictures of me? Huh? No! Oh, this one Well, yes, you're in it But, no! I was just telling the builder here There's something about the composition of this photo That really resonates with people It's just a happy coincidence you're featured in it Hey! You're gonna be famous! There's nothing happy about this Nor is it any semblance of coincidence Taurus have been pestering me constantly Asked me to sign this photo Calling me the Desert Rose Explain that, Avio! Ah, the title of the photo is Desert Rose And that's my new name for Sanral But there You They call you Oh Oh, oh no Don't play dumb with me You honestly expect me to believe you had no idea It's been days I Even so This was an extremely careless venture You are kind to say so But my sister is right I've been a fool Avio You would do well to develop some foresight Whenever concocting these schemes of yours This is doubly true Whenever your plans involve an unwitting accomplice If you're ever not sure Light, just ask me I will be returning to my shop My only hope is that my path is not blocked by the rabid Taurus that you have wrought, brother Goodbye Goodbye Wow, she's really mad Even more so than that time I ruined her kiln trying to make a pizza in it An art stand The thought of those greasy Taurus smudging up those photos in their slimy grip Gawking over my poor sister I can't take it I've got to get those pictures back Really? You'll help with this too You really have a big heart Alright Let's split up These guys couldn't have gone far Just be on the lookout after anyone creepy looking Or anyone you just saw buying a photo Do whatever it takes to get those photos back Without breaking the law, I suppose Hey, I overheard your conversation with the shopkeeper And the desert rose I was hoping you wouldn't notice me but now that you're directly confronting me I can't say no Here you go Thank you Jesus Christ Oh, I need to run around and get those photos back Okay, I'm going to run around and get those photos back to me I'm going to run around and get those photos back to me However, were I to hear one good reason why I shouldn't keep it I might read Oh, Lerosa's beard At last These photos are being distributed without her knowing Why, I Take this photo from my hands, young desert dweller I shan't be needing it no more Mark these old sea dogs words Any such copy of that there photograph out there I'll be making sure they finds their way to the bottom of the briny deep And you can tell that silver tongue salesman I'll be waiting for him in Davy Jones' locker Hat er ein bisschen verdient Huh? Desert Rose? Photo? Nah, never heard of it Shove off Double? Dang You're a grade-A-Simp for this girl, huh? Well, I won't say no to a cold-hard cash But you better be careful Don't spend all your hard-earned cash on a girl Who doesn't even know who you are, partner Nah, we're gonna have to fight me for it I'm just kidding I gave it to your friend already Have a nice day Okay Ist aber lustig, dass Sims hier ein Ding sind You want my Desert Rose-Photo? Hey, you're in luck I was looking for a way to do a good deed today Here you go Now I'm off to Atara to commit more tax fraud Er wollte eine gute Tat begehen, damit er Steuerbetrug machen kann Okay, alles klar Gut, das war gar nicht mal so verschlecht Yep Here you go Have a good deed today You got all the photos? Wow, that was quick How'd you do it? Goodness, well done You must really have a way with words I found it quite difficult to get anyone to part with their photos Phew, it's finally over But now, what am I to do with all these photos? Hmm, you may be right The only way to be completely sure that no one will ever use these to creep on my sister again is to destroy them Ah, but I paid 50 gold to make all these copies Tell you what Well, think on it In the meantime, why don't you take one as a mentor for this whole ordeal? I believe I can count on you to enjoy this photo the way it was meant to be enjoyed As landscape photography Thank you again for all your support through this difficult time Hopefully, my next business opportunity will have less disastrous results Catch you around Um, okay 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 Okay, okay I don't know why I need that, but I'll find a way to implement it in my home, I guess Um Gut Ähm, wir brauchen die zwei Marmorplatten noch Die, die fast fertig sind Perfekt Ähm, dann sollte ich mal das Wasser hier rausholen Bevor das ganze Stuff hier austrocknet Die Marmorplatten sind fertig Perfekt Dann kann ich auch die Veredlerquest abgeben Bei unserem liebsten, heulendsten Gildenaufseher Glybos sommer rupt 예방 Ist das so spürtetig Und dann kann ich ihn strausholen? Uh huh At worstников wir könnten jetzt theoretisch schnell vier blutsteinsägen herstellen 1200 dafür legt mich am arsch zwei erzfeinerien zwei stück okay hat der stockblatt fahne ich könnte luke melone koste sind ok immer mal die blutsteine und die ich würde sagen gibt sollte eigentlich beides gehen auf mich zumindest wenn ich gott die blutsteine müssen so noch selten sein ok gut das könnte interessant werden wir müssen eine seltene qualität haben ich muss ein bisschen steine kloppen gehen ich hoffe ich brauche keine blutsteine und die dann abzugraden ok davon habe ich schon immer die hälfte die geister meinen das hört gut mit mir als zweiter glänzende skorpion ok dann stellen wir mal die blutsteinsägen her und gucken noch mal kurz was wir dafür brauchen um sie zu veredeln es sei natürlich mit etwas glück sind die direkt auf dem maximum natürlich nicht ok was brauche ich um die zu veredeln woher kriege ich denn das der bruch er hat sie von ihr lander zivilgruppe ok dazu muss ich also nicht dann schon einmal rein ok ok währenddessen hängende seilwaren wagen die lage habe ich auf jeden fall bronze rahmen bronzeplatte brauche ich davon ich brauche das das Crunch hallo aus Holz mhm 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 Zwei Glas, drei Bretter. Zwei Glas, drei Bretter. Nicht genug Holz für drei Bretter. Jetzt müssen wir kurz hinten tote Bäume wegschlagen. Wenn das auch nicht tot handschen würde, fermet es nicht verlinkt. Okay, dann können wir die letzten Holzbretter auch noch machen. Okay. Ein bisschen Kohle dafür? Nee, schade. Okay, Glas ist gleich fertig, Holzbretter, auch gleich fertig. So, dann ist das alles gleich fertig. Ich brauche noch die Quadräte. Welche brauche ich denn dafür? Ach, ich weiß, ich habe zu viele Aufträge. Deklarisierung, was brauche ich denn dafür? Komm, machen wir erstmal einen Affen. Machen wir erstmal den Aufpack hier fertig. Ich brauche mal kurz das Wasser und das Dünger raus. Dann tun wir die ganzen Dünger mal auf von hier. Ich wünsche dir wirklich, ich könnte das einen größeren Bereich machen, aber es geht leider nicht. Was braucht derzeit am meisten Wasser, das hier? Das ist ein bisschen besser. Okay, perfekt. Dann hätten wir uns auch mal um die Felder wieder gekümmert. Und dann hätte ich auch mal alles für die Bücherregale. Perfekt. Gehen wir gleich mal das Bücherregal ab und dann gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter daraus. Ich meine, die Blutscheinsägen habe ich jetzt schon. Ich würde aber gerne mal nur auf den Shop zugreifen, damit ich das Fluid kaufen kann, wenn ich noch Geld habe. Für die Maschine. Ich hoffe, du bist jemand, der alles, was du... Goodbye. Okay, jetzt wird ich auch den Geburtstag von Amira. Und Heidi braucht es mir egal. Ich bin ein Kindly Builder. Ich bin sehr glücklich, dass ich... Say, war es mir, Mian, die meine Kommission genommen hat? Hm. So, das ist was passiert. Das ist eine Real Schade. Mian ist immer so, wie das. Sie sollte mir einfach fragen. Ich habe viele Medien für diese Situation. Hier, nimm ein paar von mir, bitte? Ich kann nicht glauben, dass sie so verbunden war, dass sie das für mich endet. Hey da! Hm. Bis zum nächsten Mal. Hey, wie geht's es? Medizin? Oh, danke. Wie geht's die Kommission? Hat Heidi es lieb? Great! Oh, sie hat es lieb. Aber auch mit der Medizin, Dr. Bain hat gesagt, dass ich einen halben Tag für die bessere Teil des Jahres muss. Ich bin bereits zu stress. Ich... Ich... Ich weiß nicht. Das ist einfach wie ich bin. Almost jeder in meiner Familie ist ein erfolgreicher Builder. Und... Es ist einfach so, dass wenn wir nicht etwas produktives machen, wir wenden Zeit. Back als Elsie genommen hat meine License... Ich meine... Es war meine Schuld für mich, und ich lasse alle durch, weil nicht die Kommission zu machen. Meine Eltern würden so verletzt, wenn sie mich losging. Ich lasse meine Workshops-Ratings stagnieren. Jetzt, weil ich mich überarbeitet habe, werde ich wieder hinterher kommen. Und es ist noch schlimmer als letzte Mal. Wenn ich wirklich halb der Zeit in meinem Workshops für zwei Wochen verletze, denke ich, dass ich verrückt werde. Und ich habe ein neues Hobby aus, wie eine Fläche sich auf... Und ich habe ein neues Hobby aus, wie eine Fläche sich auf... Und jetzt habe ich Medizin... Ich habe keine Komissionen, und eine Planung für meine Laufzeit. Aber ich fühle mich schon besser. Okay, du hast genug Zeit mit mir. Und du musst nachdenken, was für dich selbst machen. Lass uns wiederholen, wenn ich wieder zu 100 Prozent bin. Okay. Oops. Okay. Oops. Okay. 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 gestanden verstehe die habe ich sogar die pannen herstellen wo stehe ich den her bestimmt das schmiede oder so wegen den anderen sachen gucke ich morgen am nächsten tag weiter das ist noch die drehte herstellen und die sechs platten und dann passt das erstmal wenn ich den tag dann bin ich erst mal den tag